Moiniko, sechs Siege in Folge, ein sehr guter Lauf. Wir haben mit 1-2 auswärts bei Paderborn gewonnen, da haben nicht viele mit gerechnet. Wie habt ihr das Spiel aufgearbeitet und wie zufrieden warst du mit eurer Leistung? Ja, das letzte Spiel war für uns eine große Herausforderung. Die Wahrheit ist, die zweite Halbzeit war nicht das beste, aber wir haben 3 Punkte gegen einen sehr guten Gegner bekommen und wir sind sehr glücklich. Ja, ich dachte, in der ersten Halbzeit waren wir ziemlich gut. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen gebrochen, aber wir haben noch ein bisschen gewonnen, also wir sind sehr glücklich. Nach dem Spiel, als du mit den Fans gefeiert hast, ich hatte das Gefühl, dass es viel Energie gab. Würdest du sagen? Ja, natürlich. Ich denke, dass alle glücklich sind. Wir sind endlich glücklich. Wir sehen uns einen Seite, der kann gewinnen. Es ist gut, dass die Fans wirklich glücklich sind. Wow. On Saturday we play against Greuther Fürth. You scored in the first leg. What can you remember? I just remember coming off. I was a bit nervous. The ball sort of fell to me and the ball was in the back of the net. So, it was a good day. How would you rate Greuther Fürth? I think they're a good team. I think they pass the ball around pretty well. And defensively, they're pretty well structured. So, yeah, it's going to be another tough game, but we're looking forward to it. Both teams changed the coach. Can you look at the first leg again for analysers? Or are both teams to be viewed differently now? What do you think? I guess there will be some changes from the first leg, but we'll just look at their previous games. So, analyse how they play and we'll go from there. Yeah, I think it was a positive momentum for them after changing coach. But at the end, everything is on us. We need to be concentrated on our game. And, yeah, that's it. What do you expect on Saturdays? And what do you expect? Yeah, I think they are a really good team. Especially on the game with the transition. So, we need to take care about that. I hope our defence remains strong. And that we can be also creative offensively. Okay, thanks a lot.